Ja, hallo ihr Lieben, ich bin schon mal der Patra-Produktions-Coach und so weiter und so fort. Letzten Tage bis zum Wochenende könnt ihr noch meine Ausbildung vergünstigt buchen, unser Frühbucherpreis, die Einzel- und die Paarausbildung. Und ansonsten legen wir mal direkt los. Warum suchen Männer immer nur was Lockeres? Tja, mir fällt zunehmend auf, dass Männer gerne was Lockeres suchen. Ich habe den Eindruck, dass das für Frauen aufgrund der biochemischen Prozesse, Bildungshormon und so, eher zum Nachteil ist, als sie tatsächlich davon profitieren können. Naja, also, ja, ich denke auch, dass da eher so unterschiedliche Sexualstrategien eine Rolle spielen. Also es ist nicht so, dass Bindung jetzt grundsätzlich nichts ist für Männer so. Also das ist jetzt, weil man letztlich gibt es halt in allen Kulturen auf der Erde, gibt es neben anderen natürlich auch, gibt es monogame Beziehungen und also zumindest serielle Monogamie. Also es ist jetzt nicht so, dass es das überhaupt nicht gibt. Aber die Sexualstrategien sind natürlich anders, weil eine Frau, wie gesagt, ist 10 Monate schwanger, muss dann ein Kind großziehen. Und wir dürfen das alles nicht aus unserer heutigen Sicht sehen. Das sind so uralte Prozesse, brauchte dann einen Mann, um zu überleben. Und deswegen drängt sie sehr auf Bindung. So für einen Mann ist es, ja, die Sexualstrategien der Geschlechter sind nicht immer so im friedlichen Miteinander. Und wenn ein Mann viele Optionen hat und sich vielleicht auch noch nicht genug die Hörner abgestoßen hat, dann genug Irrsinsbeziehungen und vielleicht mal gemerkt hat, ach Gott, immer so eine nach der nächsten ist ja irgendwie auch scheiße. Ja, dann fällt ihm das vielleicht ein bisschen leichter so, ne? Mich hat dann eine Nachricht wütend gemacht und ich wäre gerne für Übersetzung dankbar. Also die Nachricht ist, du siehst ziemlich hübsch und sympathisch aus, deswegen möchte ich eigentlich gar nicht lange drumherum reden. Also Übersetzung ist hier, ich finde dich heiß, ja. Ich suche zurzeit unkomplizierten Bettsport, gerne langfristig, auch wenn ich eigentlich eine Beziehung suche, aber sowas muss ich auch erst mal aufbauen mit der Zeit. Den Satz würde ich wegstreichen, der ist nur, um dich nicht zu sehr zu verärgern zu holen. Ja, also kann ich dir leicht übersetzen, ich hätte gerne alle Vorteile einer Beziehung ohne die Nachteile. Also ich hätte gerne, ja, also dass wir, genau, die Verpflichtung einer Beziehung von dir, nehme ich Sex und Aufmerksamkeit, dass ich die bekomme und ich will aber kein Commitment im Gegenzug geben, weil wir dürfen ja nicht vergessen, Männer bieten häufig Beziehung, um Bettsport zu bekommen, Frauen bieten Bettsport, um Beziehung zu bekommen. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen platt, aber so in die Richtung. Und er möchte seinen Teil eben nicht beitragen. Aber es ist legitim, sollte einen eigentlich nicht aufregen, sondern einfach, sollte man eigentlich achselzuckend abtun als, ja, das moderne Datingspiel. Ja, vielleicht gibt es auch zunehmend Frauen, die das auch machen. Ich weiß es nicht, das würde mich wirklich mal interessieren. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Aber ich vermute mal, wir reden hier wieder über Dating-App. Da habe ich bestimmt, dass es in der Ahnung ist, dass es echt immer mehr so wird. Und ich glaube, zum langfristig kennenlernen, natürlich geht es da auch. Aber gibt es vielleicht auch Gründe, das vielleicht mal lieber live zu suchen. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Chancen. Weil wenn jemand erstmal so abgefuckt ist aus einer Dating-App und merkt, er kommt damit durch und findet immer wieder eine neue, dann weiß ich nicht, ich bin auch so ein bisschen raus aus dem Spiel, sage ich mal. Wenn man das lange gemacht hat, will man dann plötzlich eine sichere, langfristige Beziehung führen? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wenn Lust und Interesse hat, können wir uns ja nicht die nächsten Tage treffen. Ich bin lieber gleich ehrlich und stelle meine Absichten klar. Fair enough. Man kann es ja mal probieren. Und offensichtlich klappt es ja auch, sonst wird das, glaube ich, nicht so schreien. Langfristig, unkomplizierter Sex, sorry, was soll denn der Scheiß? Er möchte also safe dreimal die Woche Bettsport haben, ohne dafür irgendwas leisten zu müssen. Und dann wird noch so getan, als wäre der Ritter auf dem Pferd, der seinen Absichten vorher kommuniziert. Wow, das ist das Level der Erwartung mittlerweile. Man kann völlig verquere Vorstellungen haben und kriegt einen Orden, wenn man das transparent kommuniziert. Ja, die sind für dich verquer, für ihn sind die nicht verquer. Das heißt ja jetzt nicht, dass deine Sexualstrategie besser ist als seine. Du kannst nur feststellen, es passt nicht. Und das ist nicht das, was ich suche. Und ich denke, ich finde es immer noch besser, wenn Leute das klar machen, als wenn sie so tun, als wenn sie was anderes suchen. Also von daher, diese mittleren Seite hätte sich vielleicht schenken sollen. Aber ja, man versteht, dass sich das triggert, aber es ist eigentlich, wenn er das ist, was er sucht, warum soll er sagen, dass er was anderes will, wenn er es gar nicht will? Das macht doch keinen Sinn. Und das alles sagt er auch nur, weil ich attraktiv bin. Ja, ich meine, du glaubst, du nimmst das zu sehr persönlich. Ja, also weil du attraktiv bist, will er überhaupt erst Wett-Sport mit dir haben. Das ist eigentlich nicht sehr kompliziert, das Ganze. Wie kann man auf die Idee kommen, dass es eine angemessene Nachricht ist? Weil es offensichtlich funktioniert. Muss ja gar nicht bei viel funktionieren. Das ist ja, es gibt ja so Leute, ich finde das auch immer erstaunlich, sieht man selten mal, wenn man in einen Club geht, dass da einer durchgeht und spricht jede Frau an. Willst du mit mir nach Hause gehen und kriegt vielleicht, ja, weiß ich nicht, sieben, acht, neun, zehnmal eine Abfuhr und die Elfte macht es dann. Und deswegen, wenn man so keine Schamgrenzen hat, ist eine Menge möglich. Also er braucht ja nur genug Leuten da schreiben. Vielleicht sieht er gut genug aus, dass er so einen entsprechenden Pool hat. Und vielleicht regen sich zehn auf und die Elfte sagt, ja, okay, ich will gerade auch nicht mehr oder kann er ja Copy und Paste machen. Das ist ja jetzt keine, das ist ja so eine generische Nachricht, die kann ich mir vorstellen, die schickt ja jeder. Also wirklich, machst du Copy und Paste, ja, so, okay, ich habe heute zehn Matches, hier, bam, fertig. Also ich glaube, da ist ja nichts Persönliches in dieser Nachricht, gar nichts. Vielleicht wacke ich das auch so ab. Aber die Welt ist tendenzialerweise schlecht. Es ist so, wie es ist. Oder es heißt schlecht im Ego, in den schwierigen Prozessen, unaufgelöste Themen. Was soll man da zu sagen, ne? Da ganz ehrlich, meine Frage, merkt er es noch? Ja, aber was riechst du dich darüber auf? Also du setzt jetzt deine Erwartungen über sein, aber das ist eigentlich nicht korrekt. Also vielleicht ist das, oder war es lange gesellschaftlich korrekt, das zu wollen, was du willst. Aber es bricht ja alles zusammen gerade und jeder versucht, seine Interessen durchzusetzen. Also du bist genauso, was völlig richtig ist, von deinen Interessen eingenommen, wie er von seinen. Und das passt halt nicht, ne? Wie kann man auf die Dekommer zu sein? Ein bisschen Nachricht ist abgesehen davon, dass man hier auch schon den Wunsch nach Nähe und Beziehung heraushört. Ne, das ist, glaube ich, nur Garnierung, dass du nicht ganz so aufregst. Aber gleichzeitig mir klar machen, dass die Forderung absolut nicht sofort gestellt werden kann, weil das braucht Zeit. Ja gut, das wissen ja Hörer auf, Hörerinnen auf meinem Kanal. Das, ja, also ich meine, aber man kann jetzt nicht sagen, dass er es groß verheimlicht, was er will, ne? Aber erstmal einen schönen Notausgang offen halten. Also mich würde deine Übersetzung und deine Eindringen interessieren. Ja, das ist normaler Dating-App-Ihrsinn, würde ich sagen, ne? Also aus Sicht der Frau, aus Sicht von, ja, vielleicht gar nicht so wenig Männern finden, würden vielleicht seine Haltung irgendwie cool finden, ne? Und ja, das geht momentan echt ganz schön aneinander vorbei. Also die Geschlechter bewegen sich eher auseinander, voneinander weg, aufeinander zu. Dieser paar tausend Jahre alte Friede, der ja auch ein bisschen patriarchalisch war, will ich gar nicht anders sagen. Ähm, dass man so zusieht, dass jeder Mann so eine Frau abkriegt, äh, es bricht auf, ähm, ich meine, Männer, können sich Männer jetzt genauso gut, äh, aufregen, dass Frauen viel mehr Chancen haben im Schnitt auf Dating-Apps. Bringt auch nichts, wenn sie sich drüber aufregen, ne? Und er, also er versucht seine Chancen zu maximieren auf das, was er will und du deine, ne? Aber, ich kann da eigentlich nix, äh, grob, also es ist, wie es ist, ne? Was soll man dazu sagen, ne? Ähm, ich finde das auch, äh, auf so eine schräge Art, äh, euch beide eigentlich mutig, dass ihr so dazu steht und euch nicht einlasst auf irgendeinen Kram. Vielleicht findest du ihn auch gut aussehen, ähm, aber dass ihr euch nicht darauf einlasst, finde ich gut, ne? Ähm, aber ich finde auch gut, dass er deutlich macht, was er will, ne? Ich muss das jetzt nicht bewerten, was die richtige Einstellung ist dazu, ne? Äh, zudem häufen sich solche Nachrichten, das macht das Dating mit ernsthaften Absichten echt schwierig. Danke für deine Arbeit, schätze deine Videos, Beiträge sehr lieben, groß. Ja, es nimmt, äh, immer mehr zu, wenn du mal, ich weiß nicht, wie alt du bist, ähm, so, ich würde mal sagen, Generation Z, haben wir, glaube ich, nicht nur, was ja gut ist grundsätzlich, dass Queerness und alles normaler wird, sondern auch insgesamt wird es immer unverbindlicher. Muss man mal gucken, wenn die älter werden, ob das dabei bleibt und so, und was dann kommt in der nächsten Generation. Aber gut, muss sein, muss, äh, unsere ältere Generation ja nicht schocken. Wir machen halt das, was wir machen und, ähm, ja, ja, es nimmt zu, sehe ich auch so. Aber Männer beschweren sich genauso, dass es zunimmt, dass sich zum Beispiel, ähm, zeigen sehr viele Forschungen, dass sich Frauen auf Dating-Apps nur auf die 10% attraktivsten Männer stürzen. Also sind auch x Männer, sind auch völlig frustriert, ne? Ja, ist so, wie es ist, ne? Ich habe die Welt nicht gemacht und, ähm, gesagt, wir hatten ja mal die Idee, eine eigene Dating-App zu machen, aber ich bezweifle, dass das, ähm, das wirklich da fundamental anders geworden wäre. War eine schöne Idee, äh, aber man sieht ja hier, ähm, sozusagen, also stellvertretend steht hier eigentlich für beide Geschlechter, die versuchen, ihre Ziele durchzusetzen, weil ich jetzt nicht denke, dass alle die Ziele haben, die er hat, aber es haben auch nicht alle die Ziele, die du hast, ne? Ja, ich bin gespannt auf eure Kommentare und wir sehen uns bald wieder. Vielleicht auch, ich packe es hier nochmal drunter auf einer meiner Lesungen, die bald kommen, beziehungsweise, ja, es ist ein bisschen mehr als Lesung, ähm, und wir sehen uns bald wieder, ciao! Bis zum nächsten Mal!